Ich begrüße euch ganz herzlich aus der Baureihe 187. Hier ist der TSW3, hier ist Trains & Play und wir stehen hier gerade in Dresden Hauptbahnhof mit ein paar Habinswagen von Raelian und von Transwagon und noch mehr Transwagon und so weiter und so fort. Baureihe 187 von LTE und hier im Bahnhof ist auch ein bisschen Betrieb. Gucken wir uns direkt mal hier an oder um. Talent 2 sind hier unterwegs. Dostos sind da. Ja, Dresden Riesa. 187, 931, Strich 1 und wir steigen ein. Okay, dann einmal hier das Licht im Führerstand an. Machen wir mal das große Licht an. Die 187 hat ein Update, sodass LZB jetzt glaube ich auch gescheit funktioniert, glaube ich. Ich hoffe, dass die AFB richtig funktioniert. Mal schauen, ob das der Fall ist. Die Sifa machen wir jetzt mal an. Ach, der Schalter ist jetzt richtig rum. Ne, der Sifa an. Hier. Der Sifa schreibt aber vorher falsch. LZB an. Okay, das war's. Das hier wieder zu. Dann Federspeicherbremse ist gelöst. Führerstand aktivieren. Signal leuchten auf Auto. Batterie ist an. Okay, dann setzen wir uns mal. Wir machen die AFB im Laufe der Fahrt an. Nicht jetzt zum Anfahren. Fahrtrichtungswände an. Vorwärtsstellung. Bremse lösen. Sander. Zugbeeinflussung. Okay, das funktioniert alles. Wir dürfen ausfahren mit 60. Daher Bremse lösen. Lichter müssen wir noch anmachen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, wir sind in der unteren Zugart heute übrigens. Das ist ein sehr schwerer Zug, man hört es. Und die Lok hat auch ordentlich zu kämpfen. Zugbeeinflussung. Ich glaube, hier gelten dann die 60. Zugbeeinflussung. Ist das Licht an? Ach so, ach, das macht man hier im Führerstand. Habe ich ganz vergessen. Signal leuchten. So. Wir können uns mal das Licht hier anmachen, das Pultbeleuchtung. Das ist auch ein langer, langer Zug. Auch schön durchgemischt. Hier die B-Radeon und TVA. Auch eine schöne Geräuschgelüsse, dieses Klackern. Gefällt mir sehr gut. Und Zugschlusstafeln haben wir sogar auch. Ist das wirklich eine Soundmod oder habe ich die doch nicht installiert? Ich kann es nicht so genau beurteilen. Es klingt irgendwie ein bisschen schräg. Aber andererseits, die PZB-Sounds und so sind schon von der Soundmod. Zugbeeinflussung. Ähm. So. Okay. Zuck bei der Entschlussung. so 60 weiterhin befreit ab hier sind es dann 80 wir können eigentlich mal die afb anschalten rsb 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 oder intercity klingt die 187 wirklich so in realität also ich bin jetzt noch die soundmod von tsw 2 gewöhnt und die klang irgendwie anders aber vielleicht klingt auch die 187 so kreischend 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 also ich würde schon sagen das ist die sound not ja aber entweder die 187 klingt wirklich so schrecklich oder irgendwas ist bei der sound not auch nicht so ganz richtig ich weiß es nicht ich kann sich beurteilen aber gut dann ist das jetzt so macht es vielleicht besser wenn wir das fenster öffnen ein bisschen haben wir ein bisschen mehr fahrsounds so afb können wir dann jetzt auf 100 stellen aber die afb scheint wenigstens jetzt gescheit zu funktionieren kreischend 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 so 90 haben wir auf dem tachen kreischend kreischend wir dürfen natürlich nicht schneller als 100 fahren weil wir unter und zugraßlich sind also irgendwie gefällt mir das sound gar nicht muss ich wirklich sagen aber der gehabt hätte das sound der 187 ist noch ist ja noch viel schrecklicher also es gab mir mal ein update jetzt vor nicht allzu langer zeit und der sound ist aber auch schrecklich insofern aber ich glaube jetzt noch ein bisschen schrecklicher als der sound den wir hier haben wobei jetzt auch hier die sound bot nicht besonders gut lupt da muss man jetzt auch sagen also ich meine das gar nicht böse gegenüber dem modernen und modern die machen die arbeit keine frage aber irgendwie also ich weiß nicht ich empfand die alte 187 sound mod einfach als stimmiger jetzt wird es an zu regnen braucht auch das noch so weiß ich nicht kurz glaube ich würde auch so So, Vorsignal ist cool. Ich fahre mich schön in den Sonnenuntergang hinein. Ist es vielleicht doch so besser? Irgendwie schon, oder? Ich fahre ja normalerweise immer mit den Lichtern aus, aber irgendwie finde ich das gerade hier in der 187 unter den Verhältnissen besser, wenn doch die Beleuchtung an ist im Führerstand. Okay, so, viel haben wir noch? Da haben wir noch ordentlich was. Signal ist grün. Ah, wofür steht das A? Hm, ne, keine Ahnung. Ah, ich würde es ja auf der Karte nachgucken, aber auf der Karte steht nichts. So, Ankündigung auf 130, braucht uns nicht weiter zu interessieren. Und dann gibt es bitte also große Ange, die Beleuchtung. Und dann gibt es noch einmal alle die Beleuchtung. Und dann gehen wir mal los. ab hier gelten die 130 V-Signal ist weiter in grün ich hoffe mal, das bleibt auch dabei dass wir jetzt nicht großartig während der Fahrt jetzt durchhalten müssen hätte ich ehrlich gesagt mit diesem langen Zug mit diesem schweren Zug und vor allen Dingen auch unter diesen Witterungsbedingungen nicht so sehr lust drauf da jetzt ein Haltzeigen des Signals überfahren fände ich nicht so schön auch die 160 brauchen uns nicht weiter zu interessieren, wir dürfen weiterhin maximal 100 fahren das liegt daran, dass wir in der unteren Zugart unterwegs sind und da ist eben die maximalgeschwindigkeit 100 km h wenn wir schneller als 105 fahren werden wir von der PZB also von unserem Sicherungssystem, von der punktförmigen Zugbeinflussung werden wir dann runtergebremst ich finde irgendwie muss das bewölkter sein, gerade für den Regenfall, oder? es wirkt noch ein bisschen zu wenig bewölkt das passt schon eher zum Wetter wir fahren bergauf und wir kommen nicht mehr auf die 100 km h hoch deshalb stelle ich mal auf der AFB 105 ein, damit wir mal ein bisschen mehr Leistung aufschalten auch schade, dass das Display hier nicht funktioniert, hier müssen wir doch eigentlich die auch schade, dass das Display hier nicht funktioniert, hier müssen wir doch eigentlich die zielgeschwindigkeit draufstehen, oder? also die AFB zielgeschwindigkeit, sondern die LZB aus ist da ist doch besser so, oder? wir sind auch hier gerade bei um die 50 FPS das ist gut das ist sogar sehr gut Ankündigung auf 140 danach die beiden Signale sind grün das gefällt mir auch ganz gut, dass wir, wie man sieht es hier, Verkehrsschilder haben ja da, gerade in der Dunkelheit hier da, ne? also das ist glaube ich erst seit Dresden Riesa so, dass auch richtig Verkehrsschilder mit dem Spiel sind so, 120 Ankündigungen, auch das kann uns egal sein jetzt sind die 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ach, aber es ist gar nicht mal so dunkel, wenn man hier so aus dem Fenster starrt. Wie stark ist denn bitte die Windschutzscheibe verdunkelt? Das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Guckt euch das mal an in einem Bild. So sieht es draußen aus und so ist es hier im Führerstand. Verrückt. So sieht es draußen aus. So sieht es draußen aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Datum stimmt übrigens. Tatsächlich. Also, das stimmt überein mit dem Tag der Aufnahme hier. Also, das stimmt überein mit dem Tag der Aufnahme hier. Wir hätten jetzt fast eine Zwangsbremse provoziert. Oder heißt das dann Zwangsbetriebsbremse? Tschö. So, das macht die E-Bremse richtig gut. Ich hab das Gefühl, dass der Regen schlimmer geworden ist. Also, so klingt die Lok gut. Wenn wir beim Bremsen sind, das klingt gut. Das R steht für Rieser. Okay. So, okay. ein bisschen wind also wenn wir es schon wenn wir schon eine challenge haben wollen und richtig fehlt jetzt nur noch das gewitter aber das können wir glaube ich nicht einstellen der nässegrad muss auf jeden fall auf ganz hoch sein dann besteht die möglichkeit dass es gewinnt hat fände ich jetzt noch cool also wenn schon dann richtig ich glaube dafür muss es auch mehr bewölkt sein jetzt will ich gewitter haben jetzt habe ich lust drauf jetzt versuche ich irgendwie zu produzieren so einmal hier auf dem überwerfungsbauwerk das ist dann jetzt der abzweig in richtung oder jemand das ist der abzweig in richtung weiß ich nicht wo was auch immer da ist ja die lok übrigens von skyhook games 182 lockt dlc und skyhook games stark gescholten zurecht aber jetzt immerhin mit dem update funktioniert die afb richtig die lzb vermutlich auch können das natürlich hier nicht testen und das waren ja auf jeden fall schon mal zwei große baustellen auch das display war mit der pzp auch nicht so ganz immer korrekt gewesen hier haben dann sachen aufgeleuchtet die so nicht hätten aufleuchten sollen auch das ist behoben was halt auch geändert wurde bei dem update war der sound aber der ist ziemlich trash ist immer noch und ja genau ja Das mag ich immer wieder, wo man in diese Lichtkegeln hineinfährt und wieder rausfährt und so, das sieht echt schön aus auf der Strecke. Wenn ich daran denke, dann packe ich den Link zum Repaint in die Videobeschreibung rein. Gibt es auch im Creators Club, so 130 Ankündigungen. Gibt es auch im Creators Club. Ab hier gelten die 130. Signal da vorne ist auch schon grün, das ist schon mal gut. Verrückt, wie hell das da draußen ist. Ankündigungen auf 120, auch das geht uns nur einen feuchten Kehrichtern. So, da ist der Marker, den wir überfahren müssen. Na, für die Strecke wären ICET schon nicht schlecht, ne? Würde ich ganz gut heißen. Links die Chemiefabrik. Auch so die verwitterten Plattformen hier, einfach schön gemacht. Wahnsinn, also da haben die sich auch echt Mühe gegeben, finde ich. Können auch hier da rumrangieren und alles, also das ist richtig gut gemacht. Können wir uns das mal eben angucken. Können wir das nächste Signal sehen können. Ne, ich sehe da nur eine Szenarienmarkierung. Eben kurz rüber geflogen. Also schon, schon heftig, ne? Was hier so alles rumsteht an Sachen. So, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann gleich... Oh, oh. Eieiei, was war das denn für ein Lag? Ich wollte gerade sagen, ich kann gleich schon mal die Leistung runternehmen. Sind alle auf dem markierten Bereich über den Ort fahrenden? Okay, noch nicht die Leistung runternehmen. Gut, dass wir im trockenen Führerstand sitzen. Keine Gewitter. Kein Gewitter. Schade. So, da ist wieder die nächste Szenarienmarkierung. Hey, 50 nach Leipzig. Aha. So, an einem Ort anhaltenden vier Kilometern dann. Wir können schon mal jetzt bremsen. Nehmen wir mal die E-Bremse erstmal. Und nehmen die Zugbremse. Also man merkt, das ist doch die Sound-Mod. Ah doch, also bei den Bremshorns merkt man schon, das ist schon richtig gut. Na, Brems runter. Los, löst dich, Bremse. Los, los, los. Nein. Nein. Immer noch nicht. Das ist doch nicht. Sollte Zuck da ein Schuss, zuck da ein Schuss, zuck da ein Schuss. Zuck da ein Schuss, zuck da ein Schuss. Zuck da ein Schuss. So, da kamen wir ins Schleudern. Zuck da ein Schuss, zuck da ein Schuss. 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 gar nicht ein 182 und da vorne müssen wir anhalten ja eine zwangshamson aber irgendwie wirkt sie nicht die zwangsbremsen hat perfekt und zum halten gebracht das war geplant ja hat doch gut geklappt ok ich bedanke mich fürs zusehen und wünsche euch alles gute und alles liebe ciao ciao ciao